hallo ihr lieben und willkommen zurück zu prey da drüben haben wir den fahrt den technofahrt gut kuhstrahl dann wollen wir mal oder ich würde sagen wir probieren es einfach mal aus und schauen was daraus wird ich habe gerade noch mal einen speicher angelegt gehabt ich gebe ihn einfach mal ich weiß nicht ob der kuhstrahl soweit reicht also ich wollte euch jetzt mal zeigen wie man es nicht machen sollte ich war nicht nah genug dran ich kenne die reichweite von dem kuhstrahl halt noch nicht schädliche atmosphäre entdeckt ich komme da müssen wir uns irgendwie mal ein bisschen ran tasten an den so nehmen wir den kuhstrahl wieder vielleicht hauen wir uns auch erst mal ein medikit rein da haben wir noch was zu essen das dauert mir gerade zu lange hier im medikit gönn dir ok sieht er uns auch gar nicht von hier vielleicht kriegen wir uns auch anders hin ach das ist noch ein separater raum hier was ist er denn jetzt auf einmal liegt er hier einfach rum ist vielleicht der bruder von bus lightning oder bus lightning hieß er ne bus lightning warnung sauerstoffwerte kritisch bitte suchen sie sofort ein atemgerät kommen wir da rein wie machen wir das jetzt mit diesem technotypen der ist doch hier jetzt ne warte mal jetzt hänge ich hier irgendwie im schrank das ist irgendwie nicht so geil oh koffer gepäck er macht er macht außer gefischt wow nein jetzt kommt er hä aua jetzt kommt hier auch noch ein mimik und kommen 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 ja 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 na hab ich jawohl warte oh gott falscher knopf und 15 energie noch dieser kleine mimik ist hier noch Okay Ja, ja, ja Wo ist er? Hau ab Ah, den hauen wir jetzt einfach so auf Jawoll Wir haben einen Technophaten erlegt Wir haben einen Technophaten erlegt Boah, die sind mies Weil die halt diesen Strom machen Was die Waffe dann außer Gefecht setzt Ja, aber sehr gut Gib mir den Apfel dafür Oh Gott, hier liegen ja überall welche Davids Auch wieder ein Baseballhandschuh dabei Gepäck, ach guck mal hier Was ist denn das hier? Wieder Alk Den können wir verarbeiten Okay Was ist das hier? Ach, eine Geldbörse Oh Habe ich das Ding da gerade? Nee Weiß nicht Aber schön hier Eigentlich schon, ne? Warnung Sauerstoffwerte kritisch Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät Ja, ja, mach mal Aber wir gehen erstmal auf Toilette Und gucken mal Was hier so ist Können wir die hier nicht nehmen? Könnten wir doch sonst immer sammeln Die Pflanzen, oder? Die irgendwie nicht Ähm Machen wir hier ein bisschen Licht, bitte Erstmal spülen Ich erwarte irgendwie immer irgendwas auf den Toiletten Weiß nicht warum Ist aber alles safe hier Bisschen Müll Können wir uns mitnehmen? Oh Gott Gemein Okay, warte mal Wir müssen uns nochmal ein bisschen Nahrung reinhauen Warte Hier Und wir haben noch so eine Suppe gefunden Hier Die Nudelsuppe Oder was auch immer Wird das hier noch mehr Mimics sind? So Ist jetzt das Frauenklo, glaube ich, ne? Okay, keiner auf Klo gestorben diesmal Gut Ich dachte, das konnten wir mal mitnehmen So, dann haben wir da drüben noch den Raum Dieses Atmen nervt mich ein kleines bisschen Dieses Geschnaufe von ihm immer Genau das Hier haben sie versperrt Warum? Wow, guck mal Wie kräftig ich bin mittlerweile Wer liegt hier? Äh, die Äh Die hab ich ja ganz vergessen Das sind auch noch zwei Ich seh nix Ah, die sind so flink Ja Wie dumpf das hier auch alles ist, ne? Warnung, Sauerstoffversorgung defekt So, irgendwo ist noch der große Mimic Bis Techniker oder Operator Maßnahmen ergreifen konnten Da ist er Ich glaube, den großen muss ich jetzt mal scannen, ne? Nee, den haben wir Stirb! Da ist er doch Hä? Hä? Wer da noch macht Nochmal gequotet Kaffee-Tisch Terraforming des Marses Kommt mir irgendwie leicht bekannt vor Bin mir jetzt aber auch nicht sicher Wir looten erstmal Hier, Gepäck Was? Ihr habt alle nix dabei gehabt? So, hier ist ja bestimmt noch irgendwie so ein Mimic, oder? Sofa, Sofa, Sofa Das war hier irgendwie so eine Ankunftshalle, ne? Regale sind alle leer Ach, guck mal, hier haben sie sogar Stadt simuliert Nach oben auch raus Ist ja krass Aber wir wissen ja, wenn da ein Spiegel ist, dann Ist da auch was hinter Warnung, Sauerstoffversorgung defekt Bitte evaprieren, bis Techniker oder Operator Maßnahmen ergreifen konnten Können wir die irgendwie abschalten? So, wo bin ich denn jetzt? Hä? Warum fliege ich denn da immer wieder raus? Ich will da hoch Wir wissen, was da oben ist Ich glaube, wir müssen nochmal gluen So, nimm mal die Glu Hier geht's auch noch Jetzt bin ich mit dem Kopf in der Scheibe Die fliegt hier gerade um mich herum Ah Okay Da kommen wir irgendwo hin Interessant Okay Gucken wir uns noch an Ach, jetzt stehe ich auf dem Glas, ne? Ne, hä? Warum bin ich da gerade nicht runter? Doch Da ist Glas Gucken wir uns gleich noch an Aber vorher Schauen wir uns hier erstmal das alles noch an So, die Geschützer können wir ja mal eben auf unsere Seite wiederholen Nein, nicht hacken Jetzt hack ich den schon wieder Ah F Ah, das wird nichts Oder? Doch, und was machen wir jetzt? Warnung Sauerstoff werte kritisch Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät Okay Okay Äh, ausfahren Keine Ahnung Ich glaube, die brauchen wir hier jetzt auch nicht mehr Okay, hier haben wir noch ein bisschen Stuff Und ich können wir auch sammeln diesmal, ne? Ja, okay Bei dir klappt das diesmal Ich glaube, bei denen geht das nicht, ne? Die hier so auf dem Boden liegen Die können wir irgendwie nicht mehr looten So, wo geht's hier hin? Security Locker Okay, hier wären wir bei dem Fahrstuhl Gott Ist der so groß hier? Wo bin ich denn hier schon wieder gelandet? Äh, lecker Al-Sülze Okay Ach, guck mal, da haben wir einen Code für Nein, nicht rauffauen 4 0 6 7 Warnung Sauerstoff werte kritisch Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät Missionsplanungsraum Da wären wir rausgekommen Okay, jetzt sind wir in dem Raum Wo wir Also da oben waren wir gerade eben gewesen Wer liegt hier? Galil Seif Mal gucken, was sie uns zu erzählen hat Seif, hier spricht Captain Hale Shuttle Exalt Ich versuche die Brücke zu erreichen Keine Antwort Bitte bestätigen Ich hab einige Systemfehler Ist flächendeckend Ergibt irgendwie keinen Sinn Ich muss sofort landen Äh, ein Sicherheitsteam wär gut, wenn ich reinkomme Ich hör Geräusche in der Kabine Scheiße Was ist da los? Shuttlewrack Das haben wir draußen schon gefunden Das Shuttlewrack Ich weiß nicht, warum ich niemanden erreiche Aber ich bin manövrierunfähig Ich wiederhole Kein Antrieb Ich treibe Verdammt, Seif Gehen sie an ihr Transcribe Gut Mist Ich seh in der Kabine nach Ich hab eine Waffe dabei Wenn alles in Ordnung ist Geh ich raus und rüber Zu einer Luftschleuse Sauerstoffversorgung defekt Ja, Seif war anscheinend schon trott Zu dem Moment Das war das Shuttle, was wir draußen gefunden haben Da müssen wir auch noch hin Waffenupgrade Shrinkwasser Was haben wir hier noch? Ah, guck mal Shuttle-Kontrollraum Was ist das denn hier? Kippen wir einfach so? Können wir hier irgendwas abspielen? Weil wir hier so ein Ding haben Tragen können wir den Ich will den aber abspielen Oh Nicht genügend Platz Okay Okay Äh Dann müssen wir mal eben die beiden Glukanonen hier zerlegen Ja Und Jo So, jetzt haben wir wieder Platz Kaffee ist doch ganz geil Den können wir uns nämlich gleich mal reinballern Damit wir uns hier ein bisschen auffreshen So ein Apfel Und den da vielleicht Ja, und den hier auch noch Dann schauen wir mal Das wollen wir hoch Stacken Okay, aber anmachen können wir hier irgendwie nix gerade Gut Dann ist der Raum Soweit abgegrast Okay, wo geht's hier noch hin? Exit Hier rennt da bestimmt irgendwo noch so ein Mimik rum, oder? Warnung Sauerstoffwerte kritisch Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät Naja, die gingen ja alle nicht Okay, und jetzt sind wir hier bei dem Raum Ah, okay So Erstmal wieder alles einsammeln hier noch Mehrere Ziele Wo geht's denn da hin? In die Lobby zurück Okay Ich würde sagen Wir gucken da oben aber nochmal Ob wir da vielleicht noch jemanden finden Auch wenn wir jetzt gerade keinen Hinweis Irgendwie auf Glucanone haben Dann schauen wir uns da vorne noch oben Dann gehen wir erstmal hier hoch Mal schauen, ob wir das irgendwie hinbekommen Von hier So sollte das klappen, oder? Sind wir jetzt hoch genug? Manchmal hakt er sich da hoch Ja Von da müssen wir dann nochmal hoch So Ah Mist Warnung Sauerstoffversorgung defekt Bitte evakuieren Bis Techniker oder Operator Maßnahmen ergreifen konnten Ah Okay, von hier oben kommen wir in den Raum rein Das ist super Total dämlich, dass er von oben offen ist Aber gut für uns Okay Er hat Muni dabei, nicht sie Und er hat hier noch eine Schrotflinte und ein Neuromod Fehler, Fehler Da haben wir noch was zum Lesen gleich Waffenupgrade Nice So, dann müssen wir die Schrotflinte mal eben zerlegen Oder ist das jetzt Ne, die haben wir schon Zerleg die mal Damit war hier Inventatz Äh, Inventatz Inventplatz Inventarplatz Die Quarman Hier können wir jetzt nicht regeln, ja Alles klar Dann sind wir Ja Auf der Seite Alles klar, verstehe Die Evakuierung Bericht der Überlebenden Tag 2 Ich glaube, da müssen wir gleich mal reingucken Wir hatten nämlich Tag 1 gelesen Und dann hatten wir Tag 3 gefunden Jetzt haben wir Tag 2 Und hier ist ein Fehler Komm, wir versuchen es mal Und zurück Komm schon Ah, ah Ah Ja, und F Noch geschafft Ah, okay Das ist wieder so ein Ding Oh, dann können wir hier gleich mal die Die Gene Abwählen Wo liegt denn die Gene Warnung Irgendwo liegt da die Gene hier noch rum Da hinten Können wir uns den anderen mal schnappen Ja, ey Können wir das mal bitte ausschalten Hier über Programme vielleicht Bericht Ah, Karte Erstmal Karte herunterladen So, eine E-Mail haben wir Hilfe Äh, warte Wie war das jetzt hier mit F Ne Man, ich will da immer rein Y So Wer ist denn das? Nils Äh, Sicherheitsshuttledock An Sicherheitsshuttledock Hilfe Ist noch Äh, ist da noch jemand Wir stecken Bei den Fluchtkapseln fest Okay So, Gene haben wir ja Dann haben wir noch Also Gene haben wir nicht Aber Gene finden wir ja erstmal nicht Da brauchen wir glaube ich erstmal noch was Dann hatten wir doch hier noch jemanden Den wir suchen müssen Äh Äh Was mit Hunter Hey Und dem Shuttle Das ist der Shuttle jetzt Ich schaffe Zugang Den hier Josh Dalton In den Guts Josh Dalton Dann suchen wir den mal Beziehungsweise wählen ihn an Wir sind ja dann Wenn wir zurückgehen Kommen wir ja wieder in die Guts Guts Äh 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 Er ist doch aber gar nicht Lobby Wo ist Josh Jason Nein Nicht Was Findet das Nein Kraftwerk Ich vertippe mich hier immer Warnung Sauerstoffversorgung defekt Bitte evakuieren Bis Techniker oder Operator Maßnahmen ergreifen konnten Hä Wo ist denn Der Josh John Junior Lisa Psychotronik Nee Brücke Na sag mal Hab ich den jetzt Überlesen Guts Das ist kein Dalton Die haben wir auch schon alle gefunden Hier Ich muss nochmal gucken Was stand jetzt hier mit Josh Äh Josh Dalton Das Blackbox Projekt Ich habe erfahren Dass Josh vermisst wird Äh Entwickler Maschinenlabor Ja Er hat Projekt Blackbox zu tun Wenn ich Josh Dalton finde Erfahre ich vielleicht Was man Blackbox Projekts Aufsicht hat Ich könnte ihn über Sicherheitsstationen Nach ihm suchen Ja Mach ich ja gerade In einer E-Mail Vielleicht Blackbox Ausrüstung In den Guts die Räder Josh Dalton Guts Das ist kein Josh Dalton Ich gehs nochmal durch In der Lobby Die sind ja auch alphabetisch geordnet Hier Da haben wir nur den Jason Im Kraftwerk Haben wir gar keinen mit J Psychotronik Warnung Sauerstoffwerte kritisch Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät Jensen Brücke Ich habe gerade Yoda gelesen Jada Hier geht es auch noch hoch Ach ja so Gott Warte mal Wo war ich jetzt Frachtraum Oh Gott es gibt ja noch so viele Frachtraum Auch kein Josh Arboritum Auch kein Josh Traumazentrum Auch kein Josh Zentrale Nein Auch kein Josh Maschinenlabor Jenny Josh Dalton Im Maschinenlabor ist der Okay Er muss ja erstmal finden Ach guck mal da Da hätte man den Hinweis Darauf gehabt Dass man da irgendwie hoch kann Da ist auch noch eine Klappe Das ist ein ganz anderer Hinweis Wo geht es denn da jetzt schon wieder hin Höh Warnung Sauerstoffversorgung defekt Bitte evakuieren Bis Techniker oder Operator Maßnahmen ergreifen konnten Warte So Okay Wir gucken einfach mal Hier liegen ja auch immer wieder welche rum Von daher finde ich es ganz cool Dass wir Hier auch nachgucken Okay Und hier haben wir Was Trennschalter Energieverriegelung Ausschalten Graphlifts Einschalten Ne lass mal an Warum sollte ich das ausschalten Hä Hä Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet Control Tower Äh Nicht verriegeln Entriegeln Control Tower Okay Flugüberwachung Aber ich war doch da noch gar nicht fertig Oh Gott Ich hoffe Ich vergesse das jetzt nicht Was ich da noch machen wollte Warnung Oh yeah Alles klar Bis denn Bye 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 Untertitelung des ZDF, 2020